Die Kirche 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wir singen für den Live-Stream. Wir hatten unsere Alumnien kommen zu uns im Frühstück. Aber bevor das, es hat zwei Jahre seitdem wir hatten, und das war in Delmont und in downtown Greensburg. So es hat nur drei Jahre seitdem wir haben, die wir als unsere Guests haben, in unserer Musical Home, und zu beherren, diese Musik zu sein. Und so wir sind glücklich, dass ihr hier seid. Wir sind glücklich, dass ihr hier seid, in dieser Erfahrung von Sing Evermore. Und es ist ein Konzert, das ist meant zu zeigen, so viel zu tun, was wir hier als Teil der Musikprogramme in Pitt-Greensburg haben. Wir haben jetzt eine Chance, zu hören, zu hören, zu hören, zu singen, die Brahms-Liebus-Liederbauten. Aber wir wollen, ich möchte Ihnen auch zu unseren Chamber Singen, die zwei Songs, bookendet, die Studenten von der Piano- und Voice-Studio-Stunden, von Cynthia Ortiz und Matt Klump, will also be sharing some of the work that they have, they've been doing as well. So that is the, the middle of our program shall be all of these things. Our next piece is by Clara Schumann, a woman that Brahms loved dearly. And after Clara Schumann's husband, Robert Schumann, passed away, they almost got together, but then separated off and never were able to become a couple together for reasons we don't fully know. We just know that Brahms had loved her and pined for her for all the rest of his days. Clara Schumann was particularly well-known as a pianist, but also as a marvelous composer. And this is one of hers written for a small chamber ensemble about an evening celebration in Venice. So these are the chamber singers. Thank you. Vom Pio 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 Pio. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kten installe zDF, 2021 one partちょerson, die une-vost job forte and eine- tadi--Chrick- accepts zuWeblä introduce Esther Fear, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 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 ZDF, 2020